Musik Nein, ich kann die Ohren nun nicht mit den Gästen büchen, wenn ich das dann ganz faszin' auch... Was soll ich denn los machen? Musik Ich kann die Prozesse noch erst durch mich lassen. Auch endlich ist sie doch noch nicht versprochen. Ich vermisse meine Freundinnen. Na, 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 jetzt! Na, kommt doch noch ein bisschen fest, Mädchen! Nein, ich will dir da auch helfen! Musik Musik Was soll ich denn los machen? Maaf Gästen und早sten Sauerglück Äh, ich kleine Prinzessin! Sauerglück ist schon richtig! Also, seht ihr mal was wir hier haben! Nun, wir können uns nicht hoffen undflug! Was Point, ihr wollen wir gleich loslegen? Musik Die Wagen für die Frühling-Fahrer sehen toll aus. Danke. Nun, ich erwarte. Ich dachte schon, alle würden ganz häufig, wir sagen, sie sind wunderschön. Ich liebe, wenn es wie die Wagen aussehen sind, Kind, diese Frau hat geschmissen, meine Kleine. Ich hätte gesagt, dass es eine solche Wagen von Kürtel sich die Herzen anwunden. Liebe Freunde, meine Kleine sind hier nicht ein zugegeben. Ich bin mein Mann, die Prinsen sind doch nicht so ein Mann gewesen. Ja! 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 Hey! Hey! Bir Ne! Hey! Ja! Stopp! Haltet sofort alle an! Du bist doch nur ganz cone-club-Bicke. Ja, ich könnte nicht besser sein. Als erstes möchte ich mich ganz sicher euch allen bedanken. Ich fühle mich sehr geehrt, die ersten Prinzessin von Honeywell zu danken. Ich glaube, dass ich euch gar nicht anfangen soll. Eure, äh, Prinzessin zu sein, hat mir gezeigt, wie sie glücklich haben, hier in Honeywell zu reden und euch als Freude nennen zu haben. Prinzessin genannt zu werden ist nichts anderes als ein Ferne. Jeder Angststunde von uns ist in ihrem Herzen eine Prinzessin und in den Herzen ihrer Freunde. So erinnere ich heute Knappmann ist auch, das sei Prinzessin. Jeder Angststunde von euch zu einer Prinzessin. Prinzessin genannt zuorganистen genannt zu Wolken. singt mit competence zu haben. Wie ist deine Kirche, howst du das Ding? Das ist ein Unglisch. Das ist ein Sonnenklang. Ja, du hast den Sonnenklang. Ja, der Tag ist da. Und heut ist jeder mal, wenn sie singt. Was ist denn wie? Hihihi, das ist ein Spaß, so wie noch nie. Wir werden frei. Und ganz ruhig sein. Wir sind so entschuldigt. 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 Und ich. Ich bin so entschuldigt. Und ich bin so entschuldigt. Wir sind so entschuldigt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020